Musik Ja, 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 ja. Die Teams gemischt, jetzt geradeaus fahren, durch Straday alle ausfahren, geradeaus fahren im Spunk, ein fantastisches Finale und hier kommt durch Steffen Wesel. Steffen Wesel hat Radschalze wieder geschafft, im letzten Jahr 6 Eta, 7 Etappensiegel, das gelbe Trikot für ihn und er hat sich auch das gelbe Trikot wieder gehoben nach dem Finale am vergangenen Jahr im Landtag. Gratulation und Applaus für die Teilnehmer der 50. Internationalen Friedensfahrt und die ersten vier bitte zur Startlinie für die Siedlung von Breiten.